Renaud Tour, präsentiert von Mercedes-Benz in Bern-Wankdorf, seit über 100 Jahren euer kompetenten Partner. Und Helene Kirchhofer, Uhren und Schmuck ganz nach eurem Geschmack. Und von Ernie, schöne Haare und noch mehr Arabergegast in Bern und im Hotel Victoria Jungfrau zu hinterlacken. Ich gehe gerne in die Stadt, um mal einfach zu sein. Eigentlich ist es für mich ein tätowieriger Schmuck. Das ist deine Abendbadewanne? Ja. Ich habe halt auch ein bisschen das Gefühl, man sollte nicht so viele jammeln. Also jetzt geht die Goldaufwand, die fährt schon. Bist du bereit für das Abenteuer des Lebens? Juhu! Essen! Ja, wir sind unterwegs zum Heidi. Heidi ist ein Aussteigerer. Und sie lebt in der Kommune, also in ihrer Gemeinschaft, in den hohen Hügel des tiefen Emmetal. Heidi ist 39 und lebt seit 15 Jahren auf dem Grüblitz-Fankhaus im Trub. Ihnen gehört der Hof, der als Kollektiv betrieben wird. Sie tun dort Bauern und sein Selbstversorger. Also wir sind jetzt hier am Fuss vom Napf in das hingerste Empfanghaus graben. Gerade bei der Metenalp. Und es ist ja so, wenn man jetzt zum Heidi will, muss man eben die Seilbahn hier nehmen. Nein, das ist eine private Seilbahn, die hier gebaut wurde. Weil wenn man laufen würde, zum Heidi fährt man mehr als eine Stunde. Und das ist ja noch verrückt, oder? Die grübeln ja eigentlich das ganze Jahr dort oben, auch im Winter. Und ja, jetzt kann man sich das vorstellen, oder? Früher sind die hier stundenlang immer hin und her gelaufen. Und jetzt haben sie auch so das Bähnchen. Und damit das jetzt gestartet wird, muss ich jetzt hier anrufen, weil die hier oben den Knopf drücken. Jetzt muss ich mal schauen, wie es hier funktioniert. Hier. Gehört sie mich jetzt, oder was? Vielleicht ist sie ja noch nicht wach. Sie hat zwar gesagt, sie steht immer am halben 5 Uhr auf. Und jetzt haben wir die 10 oder die 5 Uhr. Also die grüben... Ähm und Heidi sind frühaufsteher. Also von daher sollte das eigentlich jetzt klappen. Hallo? Äh... Ah ja, jetzt... Also jetzt geht... Die geht auf einmal. Die fährt jetzt schon. Äh... Ja. Wir haben jetzt auch mal unser Material. Zu dumm ist es nur ein wenig, dass wir noch nicht da sind. Aber ähm... Oh! Was ist jetzt da für eine Aufhängung? Oh! Jetzt kommt sie wieder runter. Yes, Gott! Wie geht das hier? Gehört sie mich? Nein. Aha, das ist ja ganz lustig, oder? Also, ich hänge jetzt noch einmal auf. So. Ja. Wir sind jetzt ganz mutig. Und steigen ein. Kossi, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Für das Abenteuer des Lebens? Natürlich. Also. Wir müssen schauen. Oh, das klappt! Das kann ja so schwer nicht sein. Muss ich jetzt noch einmal drücken? Was hast du das Gefühl, dass ich hilfschneiden kann? Vielleicht noch einmal drücken, ja. So in Säcken einfach. Oh, ja. Oh, jetzt... Warte, ich muss wieder hören. Gar nicht die Zunge. Oh, ich kann nicht zu tun. Oh. Oh. Du, ehrlich? Mensch. Ah. Ist es eigentlich jetzt gut? Nein! Hallo? Warum ist sie vorne gefahren? Und sie ist wieder zurückgekommen? Echt? Aber warte, vielleicht ist das jetzt ein Zeichen, dass sie... Oh! Wir fahren. Wir fahren. Oh mein Gott. Oh, da hat so ein Telefonhörer für im Nachfall. Oh, ja. Aber das wäre vielleicht... Wäre das nicht für den... Ah! Wenn man in den sitzt. Wenn man in den sitzt. Ja! Ah! Ah! Man muss gar nicht dort. Man muss hier. Das wäre ein bisschen logischer. Hallo, hallo! So. Ah! Hallihallo! Guten Morgen! Hallo! 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 Sag jetzt noch schnell wegen dem Band. Hast du uns gehört, Dunger? Ja, das Problem ist, seit gestern geht das Telefon aussen. Du hast das ausser? Ja, ja. Nicht mehr. Ah! Ah! Ah, jetzt! Ich höre dich und kann einfach koffen, du kommst draus. Ah! Wie hoch sind wir hier? 1299? 1299? Ja. Ja. Ja, natürlich, Gau. Ja, die sollten wir doch ein wenig kreben. Ja, Gau. Ja, was machen wir jetzt? Geht's los? Ja, ich muss in die Küche. In die Küche, ja. Ich bin da schon voll in der Küche dran. Also, du bist jetzt quasi am Vorbereiten für deine Leute, oder? Nein. Ah, nicht? Jetzt bin ich am Produzieren für den Bahnhofladen. Genau, das ist auch noch wichtig, oder? Also, ihr seid ja nicht nur Selbstversorger, sondern du machst Produkte, die du verkaufst. Ja, genau. Bei der Bahnhofladen gehen wir ja auch heute, oder? Sehr gut. Und was macht Fans? Also, da bin ich gleich am Brauneusbacken. Oh! Und? Das schmeckt jetzt mega. Da bin ich am Sirup einkochen. Ja. Das war dann ein schönes Sirup. Aber du lebst nicht, ihr lebt hier nicht von dem allein, oder wie? Nein, wir leben schon vor allem von den Bauern. Von den Bauern, ja. Ja. Also, Bauern heisst jetzt in deinem Fall, hier für hier, was heisst das? Bauern? Das ist ja nicht im klassischen Sinn das Bauern, oder? Nein, wir sind hier eher kein klassischer Bauern. Wir machen das jetzt in einer Gemeinschaft. Ja. 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 Aber was herstellt ihr hierher? Weisst du, was sie? Wir haben Schafe, Fleischschaf. Mhm. Schafffleisch und Schaffähle. Ja. Und dann haben wir noch Rinder, jetzt gerade im Moment, die wir vom Nachbarn hüten. Ja. Und eigene noch. Soll ich euch einen Kaffee abtun? Oh ja, sehr gerne. Wenn ihr eins. Kosi, gell? Einen Kaffee nach der Fahrt. Würde wir sehr gerne. Ja. Das wäre super. Oh, die alte Kaffee-Mühle. Das ist natürlich das Highlight. Wir haben immer am Viertel ab 8 Uhr die Zusammensitze. Ah, ja. Wo wir uns geschwind zusammensitzen und schauen, wo braucht es Leute, wer macht was. Wir haben jetzt gerade viele Besuche hier aus Deutschland, die einfach so etwas für den Kostnodal-Ski mithelfen. Ja. Dem sagt man auch Woofing, das ist Willing Workers on Organic Farms. Ah, okay. Ja. Das ist ja so ein bisschen, da gehst du schauen, mithelfen, eigentlich so 5-6 Stunden im Tag, du arbeiten. Und sonst hast du einfach so etwas frei. Ja. Und das einfach für Kostnodal-Ski. Ah, okay. Ja. Aber dann habt ihr so einen Kern, gell? Auch Leute, die immer da sind, oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, wir sind die Dritte, die das Ganze führen. Der Hof gehört ja dir, aber du hättest nicht gerne, wenn man sagt, du bist der Chef, gell? Ja, das ist einfach in einer Gemeinschaft. Jetzt tust du eigentlich zusammen, dass wirklich die Sachen ausdiskutieren, die man ändern möchte, wenn man etwas ändern möchte. Also du musst sehr tolerant sein, sag ich jetzt mal, oder? Ja, das ist ein Übungsfeld, das Leben lang. Wir sind halt eher Leute von der Stadt. Wir kommen da rein von der Stadt. Ja. Und haben ja das wie nicht die Grossfamilie, die dann halt auf einem Hof wäre traditionell. Ja. Ja. Wir machen unsere Familie dann halt einfach so. Ja. Ja. Und die ziehen jetzt nicht mehr in die Stadt zurück. Ah, ich liebe die Stadt. Ah ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. In dieser Gemeinschaft höre ich oben in den Hügelen des Napfes. Aber du liebst eben beides. Ja, also ich gehe gerne in die Stadt, um mal einfach zu sein. Ja. Um Freunde zu besuchen für den Ausgang. Ja. Aber ich bin immer wieder Frau Heizkos. Dein Tattoo. Dein Tattoo, wow. Was steckt da dahinter, Heidi? Uiuiui. Uiuiui. Viel. Viel. Und gleich nichts. Viel und gleich nichts. Ja. Es ist, eigentlich ist es für mich ein tätowieriger Schmuck. Ja. Ja. Jemand anders schminkt sich. Ja. Ich schmink mich einfach sehr, sehr selten. Ja. Ja. Ich habe es nie gelernt. Aha. Und hast du schon lange dann? Seit... Ja, welches meinst du überhaupt? Ja! Gell? Eine gute Frage. Welches meinst du denn? Ja, das, was halt so auffällt. Im Gesicht. Ja, das habe ich jetzt seit fünf, sechs Jahren. Seit fünf, sechs Jahren. Ja. Und wie sind es ja die Reaktionen der Leute? Ja. Teils ganz gut. Und teilweise... Schau dich lieber weg. Dann ist es Zeit, den Sirup abzufüllen. So. So. Dann kann man die einfach schön eine nach der andere füllen. Meditative Programm am Morgen. Ich wollte gerade sagen, das ist natürlich ... Müsst ihr auch gegen Klischee kämpfen? Dass es z.B. heisst, sie konsumieren nur Drogen, sie kiffen den ganzen Tag. Habt ihr auch mit dem zu kämpfen, oder wie ist das so? Ja, kämpfen. Man lacht eher einfach darüber. Was willst du dagegen kämpfen? Wenn das die Menschen von dir denken, dann kannst du ihnen sagen, dass es nicht so ist, aber nützt es nichts. Ja. Nur weil man tätowiert ist, kieft man. Heisst das nicht, man kieft oder nimmt irgendwelche Drogen? Mhm. Für mich ist das wie so ... Ich trinke ja kaum Kaffee. Ja. Ja. Jetzt gehen wir zu den Trauten. Ja. Und zu den Perlhünen. Also, füten oder was? Ja, die wollen beide Futter. Hallo zusammen. Ah ja, schau. Jetzt kommen sie. Und die werden irgendwann gemetziert, oder? Ja, die haben wir einfach vom Frühling bis im Herbst. Und im Herbst werden wir die gemetzigen. Ja. Und dann gibt es feines Fleisch für den Winter einfach für uns. Guten Morgen. Schau, die haben gar noch nicht so viel gegessen von gestern, aber ... Hä? So. Ja, und hier im Glashaus haben wir vor allem noch Gurken. Ja. Gurken und ... Ja. Tomaten kommen dort nicht raus, hier oben. Ja. Im Winter. Selbstversorgung, ich meine, das musst du schon vorher überlegen. Oder? Ja. Kannst du ja nicht nur dort von essen? Nein, da haben wir wirklich am Lager, im Sand, im Keller. Ah, ja. Rüebel, Rande, Sellerie, Rettich. Ja. Ja. Die Wintergemüse aber, gell? Ja. Passt die Nacken, all diese Sachen. Ja. Ja. Haben wir am Lager. Das ist deine Abendbadewanne? Das ist deine Abendbadewanne? Ja. Das ist ja nicht schlecht. Und das ist dann dein Plätzchen hier und dann am Abend. Ja. Und ich kann mir auch eine Badewanne. Kann ich unten einführen? Ja. Und dann heizt es. Du hast doch hier die Hotpot. Ja. Wir haben ja einen Hotpot. Aha. Aber manchmal will man aber einfach alleine sein. Und dann gehe ich hier. Den hast du hier. Ja. Und dann hast du natürlich die wunderbare Aussicht. Schau jetzt da. Sie kommt langsam. Die Sonne, der Tinger. Genau. Und jetzt sollte ich noch den Tunnel drängen. Oh. Also. Wir können hier nicht einfach rumstehen. Weiter arbeiten. Weiter arbeiten. Ja. Das ist jetzt der Hofladen. Das ist der Hofladen von Grübeli. Genau. Eben, der Hofladen vor allem. Und zwar für die Wanderer. Das sind verschiedene Teemischungen, ein bisschen Dau-Absthemmen noch. Jetzt sind wir hier am Morgen. Was haben wir jetzt? Virtua Bachtis haben wir uns also verdient. Wir haben schon viel gemacht. Also du. Aber jetzt gibt es das Porridge, oder? Mhm. Das hatte ich jetzt noch nie am Morgen. Nimmst du das gerne? Nein? Ja, meistens. Jetzt ist ja die Zusammenkunft. Dann müssen ja eigentlich schon alle früh aufstehen. Ja, also früh. Ja, wohl eigentlich. Ja, manchmal sind alle da, manchmal nicht alle. Ja, heute sind wir noch ein Vierter. Ja, das Dritte. Aber es sind schon alle für die. Ja, heute Morgen, so wie es aussieht. Mhm. Die Anna ist noch hin gelegen, hat sie gefunden, ja. Wenn keine Sönergriffe. Und die zwei Besucher. Die sind am Anliegen. Mhm. Erst haben gesagt, sie machen das Holz heute Abend noch fertig. Mhm. Sie wollen das noch machen. Ja. Ich denke, Holzfräse würde ich auch ein wenig mithelfen. Ich schaue mal mit dem Handtent, wie es geht. Ja, ich würde im Garten gehen. Gell, Michelle? Ist es geil? Ja. 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 Jetzt kann man hier wirklich einfach durchschauen. Oh, es hat viele. Mensch, man hat es zu tun. Wie kommst du dazu, so zu leben? Also ... Bei mir war es so, dass ich als Kind, schon als kleines Kind, nicht begreifen konnte, wieso ich in einer Stadt wohnen muss. Ja. Also ich bin, glaube ich, gerade an der Grenze, wo du in der Stadt Luzern aufgewachsen, in Litau. Ja. Und für mich war das immer. Was mache ich da? Ja. Ich will raus. Ah, okay. Ich will auf einem Bauernhof. Schon dann. Ja, schon dann. Eigentlich als Stadtkind hast du gewusst. Das war immer mein Wunsch. Schau, die darfst du dann rausnehmen. Sonst musst du noch probieren. Meinen Sie, ich soll ihn nicht lassen? Also für mich ist es nicht ein Aussteigen. Für mich ist es eher ein Heimkommen. Ja, ich habe vor dem Grübeli schon immer in Gemeinschaften gewohnt. Ah! Also schon in der Stadt Luzern? Ja, genau. Ist das dein Traum? Ja. Das ist ja schön. Eigentlich habe ich noch am Beruf der Bauern, von den Bäuerinnen. Sie können auch immer wieder Neues ausprobieren. Ja? Also wie meinst du das? Ja. Du kannst Kühe haben. Ja. Milchkühe. Ja. Aber wenn du merkst, das ist nicht mehr das, was ich möchte, das liegt mir gar nicht so. Kannst du aber etwas anderes ausprobieren? Bauern haben es ja eigentlich nicht einfach im Moment, gell? Nein. Es ist auch ... Ja, wie soll ich das sagen? Ich finde, das ist ein bisschen eine zweispältige Dinge. Sie haben es nicht einfach. Also ich bin sehr glücklich, dass wir diese Unterstützung haben vom Bund. Mhm. Mit den Direktzahlungen. Und sonst muss man halt wirklich einfach die Ideen haben. Ein bisschen innovativ sein. Ja, innovativ sein. Mhm. Und ich habe halt immer das Gefühl, man sollte nicht so viel jammen. Also jetzt kochen wir, gell? Mittag? Ja. Jetzt machen wir einfach ein Risotto. Ja. Mit dem frischen Gemüse aus dem Garten. Aber Reis hat er noch nicht angepflanzt. Nein. Nein. Juhu! Essen! Essen? Halb eins? Ja. Immer halb eins. Leck mich. Fein. Danke. Nach dem Mittagessen. Ich tue jetzt hier was. Ich tue noch die Braune, die ich heute Morgen früh gepackt habe. Ah, ja. Die werden noch verpackt. Mhm. Und dann kann ich Bahnhofladen gebrauchen. Und die gehen jetzt weg, wie war ich wahrscheinlich. Genau. So. Jetzt gehen wir hier noch schnell schauen. Hier hat es nämlich noch ein Blumsklo. So. Noch ganz wie früher. Und das ist also tatsächlich das einzige WC, das es hier hat. Und ja, ich muss jetzt noch schnell gehen, bevor wir nachher runter in den Bahnhof laden. Und dann kommt es aus, dass das am Anfang nicht einfach war. Der eine Sohn hat dann gesagt. Hey. Mama, du musst vielleicht keine Angst haben. Mhm. Hey, ich habe nur Zitter in den Bahnhof. Ja. Weil ich habe eine Höhenangst. Ja. Ich darf nicht raus schauen. Ich habe nur den Tom von mir. Ich bin jetzt schon dreimal gefahren mit dem Papa. Da passiert nichts. Oh. So. Wir haben es geschafft. Ein Teil wie der Dunger. Genau. So. So. Jeder ist tiptop gegangen. Jetzt hast du nicht mehr Zitterung, oder? Ich. Wie dann bei der ersten Fahrt? Aha. Ja. Das war jetzt etwas über die 20'000 Fahrt. Die jetzt? Ja. Wow. Ja, eben. Ja. Für acht Jahre. Für dich völlig normal, oder? Ja, langsam schon. Würdest du es nicht mehr hergeben, das Seilbändchen? So würde ich es jetzt auch nicht sagen. Ah ja? Ja. Es wäre einfach wieder anders. Ich könnte mir es auch vorstellen. Wie der Unibahn. Es geht nicht mit der Schule, mit der Schule der Kinder. Mit dem geht es nicht auf. Ja. Ah, voilà. So. So. Ich würde mich gerne jetzt hier herstellen. Ja, du, dann sind wir fertig mit der Renaud Tour. Aber ich glaube, du bist jetzt noch nicht ganz fertig, oder? Nein, bei mir fällt es jetzt schon noch einmal zu Hause an, wenn ich zu Hause falle. Noch einmal. Ja. Aber wir machen hierfür runter. Danke vielmals für das Reinschauen. Ja. Und, äh, bis zum nächsten Mal. Jetzt ist hier unten natürlich ein Lieferi Conico. Cool. Ah, okay. Und, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und, bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss. Tschüss. Tschüss.